Wir sind Patronus, wir sind eine Web-Security-Lösung. Wir haben quasi ein Topic erkannt, was in den letzten Jahren hier in Deutschland sehr, sehr verschlafen worden ist, nämlich eben das Thema Sicherheit. Was wir machen, ist, dass wir sozusagen direkt auf dem Server eines Kunden, meinetwegen eines Webshops, untersuchen, ob irgendwelche Dateiveränderungen passieren, ob der angegriffen wird, ob irgendwie DDoS-Attacken gefahren werden, damit sozusagen der Webshop relativ schnell reagieren kann. Zusätzlich dazu machen wir ein inkrementelles Backup, das heißt sozusagen, wir speichern den Code auf einem anderen Server, total verschlüsselt und können den sozusagen im Ernst, weil wenn ein System wirklich das Crash ist, automatisiert wieder zurückrollen. Also wir sind vor allen Dingen in der KMU-Welt unterwegs, weil man natürlich immer sehen muss, dass Security eigentlich immer ein Thema für Koso Corporates gewesen ist, ist halt eben sehr, sehr preisintensiv gewesen. Und wir haben halt hier mit Patronus eine Lösung gebaut, dass sozusagen auch den kleinsten Webshop die Möglichkeit gibt, sozusagen sich vor Hackerangriffen zu schützen. Und das dritte Modul ist so ein bisschen unsere Sahnekirsche obendrauf. Wir analysieren den Code auch noch sozusagen auf Sicherheitslücken und gucken uns genau an, was dort passiert und wo sozusagen Backdoors und Footprints sind, was ein Hacker sehen kann über den Code. Also wir haben hier so einen Web Security Check, wo man sehr schnell gucken kann, also was für eine Serverarchitektur läuft da drauf, was für Plugins laufen da drauf etc. Weil das halt eben sehr viele Indizen dafür sind, wie ein Hacker ihm vorgeht und wie er halt eben so ein System angreift.